Schrufe, Pass 1, Ausrolle! Schrufe, Pass 1, Anschliessen! Ich habe krampelt wie verrückt und habe eine riesen Durst. Da muss man löschen, da muss man löschen. Ich will jetzt etwas trinken, alles andere ist mir wurscht. Da muss man löschen, da muss man löschen. Und wenn es nicht der ganze Tag schon war, das ist der Notfall, dann geht es an sich. Alarm, 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 Alarm! Wir sind vor der Türmeer, da muss man löschen. Wir sind vor der Türmeer, bis uns löschen geht. Wir sind vor der Türmeer, bis uns löschen geht. Wir sind vor der Türmeer, bis uns löschen geht. Wir sind vor der Türmeer, bis uns löschen geht. Wir sind vor der Türmeer, bis uns löschen geht. Wir sind vor der Türmeer, bis uns löschen geht. Ich bin Feuerwehrmann und hab ne Uniform an. Ich bin Feuerwehrmann, besaufe mich dann und wann. Ich hab ihn verloren, den Weg nach Schönborn. Es war montags morgens und das Wetter war gut. Sieben Feuer, wenn Männer wollten wandern gehen. Im Rucksack befanden sich Kato und Pandy. Bescheret dabei, so kann nichts geschehen. Vor dem Aufbruch nach einem Korn und dann ab nach Schönborn. Ich bin Feuerwehrmann und hab ne Uniform an. Ja, ich bin Feuerwehrmann, besaufe mich dann und wann. Ich hab ihn verloren, den Weg nach Schönborn. Im Wald angekommen, Orientierung verloren. Die Karte muss raus oder das Handy muss her. Doch die Sachen vom Sheriff sind nicht zu gebrauchen. Die Karte ist falsch und der Akku ist leer. Der Förster kehrt auf, sie gehen fort. Drei Stunden gelaufen, Rekord. Ich bin Feuerwehrmann und hab ne Uniform an. Ja, ich bin Feuerwehrmann, besaufe mich dann und wann. Ich hab ihn verloren, den Weg nach Schönborn. Ein Bierchen, ein Bierchen und dazu ein Korn. Ein Bierchen, ein Bierchen und dazu ein Korn. Ein Bierchen, ein Bierchen und dazu ein Korn. Ein Bierchen und ein Korn. Es steht an jedem Straßenrand, ein kleines Ding, das heißt Hydrant. Es sieht zwar nicht so aus, aber da kommt was heraus. Man braucht nen Schlüssel noch dafür und diesen Schlüssel haben wir. Wir sind die, die jeder kennt, denn wir kommen, wenn es brennt. Wenn irgendjemand in der Stadt in seinem Haus ein Feuer hat.